This is just the beginning. Kapitel 2 Er ist in einer Art Keller. Es ist dunkel und kalt. Stiles! Er dreht sich um, um den Ursprung der Stimme zu finden. Theo Bleib verdammt nochmal weg von mir. Aber das würde doch nicht so viel Spaß machen, oder? Lass mich allein. Das wird nicht schwer sein. Was meinst du damit? Du bist doch schon allein. Du hast niemanden. Das stimmt nicht. Bevor ich gekommen bin, hattest du nur Scott. Aber jetzt hast du noch nicht einmal ihn. Ich habe meinen Dad. Du bist doch für ihn nur eine Enttäuschung, und das weißt du auch. Er hatte Recht. Ich habe... Er hatte Recht. Ich habe immer noch Derek. Nein. Nein, hast du nicht, sagte eine andere Stimme. Stiles rät sich erschrocken um. Derek? Er konnte die Überraschung in seiner Stimme nicht verstecken. Derek? Was ist los? Sein... zumindest dachte er das Liebhaber grinste. Dachtest du wirklich, ich würde dich lieben? Wow, du bist wirklich die genialste Person auf Erden. Nein, das kann nicht sein. Derek, bitte sag mir, dass du mich verarscht. Du solltest wirklich auf Theo hören, Stiles. Eine andere Stimme. Scott. Was? Warum? Scott lacht. Du hast niemanden, Stiles. Und jetzt sind alle hier, um mich zu unterstützen. Und er hatte Recht. Jeder kam jetzt aus den Schatten. Lydia, Malia, Liam, Stiles' Dad, Melissa, Mason, Kira. Und eine Frau, die er seit einer sehr langen Zeit nicht mehr gesehen hatte. Seine Mutter. Mom, flüsterte er, gebrochen. Du bist nicht mein Sohn. Ich bin definitiv... Du bist nicht mein Sohn. Ich bin definitiv nicht die Mutter eines Mörders. Du hast mich getötet, Stiles. Und ich werde dir niemals vergeben. Das alles ist der reinste Albtraum. Aber es ist nicht real. Nein, das kann nicht wahr sein. Bevor er weiter nachdenken kann, ertönt er einen Schuss und er sieht nach unten und sieht schwarzes Blut aus seinem Bauch fließen. Monster verdienen es nicht zu leben. Das sind die letzten Worte, die er von seinem Vater hört. Seine Welt stürzt ein und er sieht nur noch Dunkelheit. Derrick wird wach, als der Junge neben ihn versucht, sich selbst wach zu schreien. Zum Glück ist er selbst kein tiefer Schläfer. Er schaut sich um und versucht die Ursache für Stiles Schmerzen zu finden. Als er merkt, dass es nur wegen eines Albtraums ist, beruhigt er sich ein wenig. Stiles, sagte er mit fester Stimme. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Bitte, es tut mir leid. Vergib mir. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Stiles murmelte weite herzzerbrechende Dinge, während Derrick weiterhin versucht, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Nach gefühlten Stunden ist Derrick endlich in der Lage, Stiles zu beruhigen. Sorry, war alles, was Stiles über die ganze Sache zu sagen hatte. Du musst dich nicht entschuldigen, Stiles. Es ist nicht dein Fehler, dass du in deinem Leben mehrmals durch die Hölle gehen musstest. Technisch gesehen ist es das. Oh ja? Mit welcher Begründung? Wenn ich Scott nicht in den Wald geschleppt hätte, wäre er nie gebissen worden und wir wären nicht in diesem Chaos. Allison, Aiden, Boyd, Erika und jeder, der wegen etwas Übernatürlichem gestorben ist, wäre nicht gestorben, wenn Scott kein Werwolf wäre. Stiles, nichts davon ist deine Schuld. Peter hätte trotzdem eine Menge Menschen getötet. Der einzige Unterschied wäre, dass niemand da gewesen wäre, um uns zu retten. Ja, ich denke, du hast recht. Scott würde nicht. Ich rede nicht von Scott, sondern von dir. Von mir? Wie habe ich jemanden gerettet? Ich bin der Grund, wieso Menschen gestorben sind. Erstens, wenn du auch nur einen Namen von den Toten erwähnst, des Nugiziner... Erstens, wenn du auch nur einen Namen von Toten während des Nugizinerwähnst, reiße ich dir die Kehle raus. Mit meinen Zähnen. Und zweitens, ich kann gar nicht aufzählen, wie oft du meinen Werwolf-Arsch schon gerettet hast. Meine Mom. Derrick wäre nicht in der Lage, ihn zu hören, wenn er nicht seine verstärkten Sinne hätte. Was meinst du mit meine Mom? Ich habe sie getötet, Derrick. Ich bin der Grund für ihren Tod. Derricks Herz zieht sich zusammen. Der Junge vor ihm denkt tatsächlich, die ganze Zeit, er hätte seine Mutter getötet? Den Grund dafür kann er sich nicht einmal vorstellen. Warum denkst du, du hättest sie getötet? Das waren ihre letzten Worte an mich. Ich war bei ihr und es war einer ihrer schlechten Tage. Ich habe versucht, sie glücklich zu machen. Ich habe versucht, ihr von Scott und unseren neuesten Abenteuern zu erzählen. Ich habe versucht, sie zum Lachen zu bringen. Aber bevor ich irgendetwas tun konnte, fing der Herzmonitor an, schneller zu gehen. Sie hat mir ins Ohr geflüstert. Das ist deine Schuld, du Monster. Dann war es vorbei. Derrick konnte sagen, dass Stiles den Tränen nahe stand. Also nimmt er ihn, anstatt ihn zu versichern, dass es nicht seine Schuld ist, in den Armen. Lass es raus. Und Stiles tut genau das. Er weint, bis er nicht mehr kann und nur noch leise Schluchze zu hören sind. Schon allein der Anblick bringt Derek dazu, jeden die Kehle rausreißen zu wollen, dass Stiles jemals geschadet hat. Er will sie büßen lassen, weil sie Stiles in dieses verdammte Chaos gebracht haben. Als Stiles sich beruhigt hat, denkt Derek sich, dass sie vielleicht etwas tun sollten, um ihre Gedanken von all dem übernatürlichen Kram abzulenken. Hey, sollen wir irgendwo hingehen? Klar. Was schlägst du vor? Ich weiß nicht. Vielleicht etwas essen gehen? Arby's? Derek lächelt, denn er weiß, wie sehr Stiles diese geringelten Pommes liebt. Ja, Arby's klingt gut. Also begaben sie sich in Stiles' Jeep. Derek auf dem Fahrersitz und Stiles als Beifahrer. Die Fahrt war friedlich und es gab keinen Grund, irgendetwas zu sagen. Als sie an ihrem Ziel angekommen sind, ist es kälter, als Stiles erwartet hätte. Als Derek das bemerkt, seufzte er. Er weiß, dass Stiles einfach leiden würde, ohne etwas zu sagen. Also legte er wortlos seine Lederjacke um die Schultern seines Freundes. Freundes? Ist es das, was sie sind? Ein Paar? Stiles zieht verlegen die viel zu große Jacke an. Nachdem sie bestellt haben, setzten sie sich hin. Derek kann sehen, dass irgendetwas in Stiles vorgeht, weil seine Hände nicht aufhören zu zittern. Also nimmt Derek Stiles Hände in seine und stellt ihm die Frage, die ihn beschäftigte, seit Scott gesagt hat. Du würdest es nicht verstehen, Derek. Ich bin nicht derjenige, der jemanden umgebracht hat. Stiles, was ist passiert? Stiles schießt einen schmerzhaften Seufzer aus. Es ist wirklich eine lange Geschichte. Sicher, dass du es wissen willst? Ja. Und Derek war sich in seinem Leben noch nie so sicher. Außer vielleicht in seiner Liebe für den Jungen. Außer vielleicht in seiner Liebe für den Jungen. Also nahm Stiles noch einen Schluck und fing an zu erzählen. Er erzählte von den Schreckensärzten, von wer Theo ist, den Schmeren und dann auch von Donovan. Und Derek hört zu. Er glaubt ihm. Er verurteilt ihn nicht. Nicht für Donovan oder irgendetwas anderen. Es fühlt sich einfach wahnsinnig gut für Stiles an, sich alles von der Seele zu reden. Aber da ist noch etwas, was du mir noch nicht erklärt hast. Und was? Warum hattest du gestern Schmerzen? Weil Donovan, bevor er mich in die Schule jagte und alles eskaliert ist, an der Schulter gepackt hat. Bei Dereks verwirrten Gesicht fuhr er fort. Seine Hand war nicht normal. Sie hatte eine Art Mund mit wirklich scharfen Zähnen. Und es hat mich gebissen. Also schaut Stiles sich um und zieht sein Shirt herunter, um den Biss zu zeigen. Als er fertig ist, wird ihre Bestellung gebracht und Derek achtet darauf, dass Stiles alles auf ist, da es nicht so aussieht, als ob er momentan vernünftig ist. Deshalb sagt er nichts, als Stiles versucht, aber scheitert, Dereks Pommes zu klauen, ohne dass diese etwas mitbekommt. Du bist so ein Lügner! Stiles und Dereks verspieltes Gezahnke kommt aus Stiles Schlafzimmer vor dem Fernseher. Oh ja? Ich bin nicht derjenige, der schummelt. Und wie bitte schummel ich? Mit deinen Wehrwulfs-Superkräften. Genau, gib meinen Wehrwulfs-Superkräften die Schuld daran, dass du bei Mario Kart verlierst. Stiles antwortete mit einem leichten Schlag auf den Arm. Stiles, ich bin zu Hause! Scheiße, ich hab meinen Dad vergessen! Wie konnte ich meinen Dad vergessen? Stiles? Stiles schaut hilfesuchend zu Derek, aber der zuckte nur mit den Schultern. Wer weiß schon, dass Wehrwürfe so unhilfreich sein können. Bevor einer von ihnen etwas sagen, denken oder tun kann, öffnete sich die Tür und es zeigte sich der Sheriff von Beacon Hills. Stiles, warum ist Derek Hale in deinem Schlafzimmer und spielt Mario Kart? Ähm, lange Geschichte? Sagt es Stiles fragend. Der Sheriff, der nun mal nicht die dümmste Person auf Erden ist, sieht, was wirklich zwischen den Jungs vor sich geht. Also rollt er seine Augen und sagt, Solange Hale dich beschützt, interessiert es mich nicht, was ihr tut. Aber denkt daran, euch zu schützen, wenn ihr... Du weißt schon. Der Rest des Satzes blieb ungesagt, als der Sheriff die Tür schließt und geht. Er hinterlässt einen errötenden Stiles, aber einen grinsenden Derek. Das lief doch ganz gut. Wie auch immer. Ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich geh ins Bett. Ich auch. Das tun sie auch. Sie sind in der gleichen Position, wie schon in der Nacht zuvor. Stiles Kopf in Derricks Halsbeuge gekuschelt und Derek, der seinen Arm beschützend um ihn legt. So. Ähm. Stiles Kopf in Derricks Halsbeuge gekuschelt und Derek, der seine Arme beschützend um ihn legt. Derek? Ja? Danke. Wofür? Dafür, dass du nicht denkst, dass ich ein Killer bin. Stiles. Ich werde niemals denken, dass du ein Killer bist, weil ich gesehen habe, wie du zu Tode verängstigt bist, aber trotzdem für alle, die es nötig hatten, eingestanden bist. Ich liebe dich, Stiles. Und ich will, dass du das nicht vergisst. Stiles würde es niemals zugeben, aber diese Worte... Stiles würde es niemals zugeben, aber diese Worte brachten ihm den Tränen nahe. Ich liebe dich auch, Saurwulf. Und so schlafen sie ein und erwartet nicht das Drama, das morgen auf sie einstürzen wird. Und so schlafen sie ein und erwartet nicht das Drama, das morgen auf sie einstürzen wird. Und so schlafen sie ein und erwartet. Und so schlafen sie ein.